moin meine leute und herzlich willkommen zur nächsten folge Mario Kart 8 der gebutterte Lukas Lachs hallo weil er jetzt auch mal dabei ist in der letzten folge warum stehe ich eigentlich im Arsch der Welt in Bielefeld bei mir ja mit dabei ja Lukas der Florian ist auch dabei und ja ich wollte wieder ab fürs echten Namen sagen dann sage ich mal nicht und Jack Daniels ist mit dabei habt ihr alle neuen Charakter ausgewählt ja ich weiß nicht ja ich war tot ja du warst tot ja ich habe umgepickt das war mein Schwanz Luigi I'm gonna say the n-word Nintendo Nintendo just kidding ok let's go Zeig Nick Hallo Da hat er doch richtig einen rausgehobelt dann Da hat er richtig rausgehobelt Da hat er richtig gehobelt Gespiegelt ohne Teams Bananen Panzer Äh warum hast du nur Panzer? Jaaaa Wir haben Furios Wir haben Furios Danke Rotti Rotti Das können wir jetzt nochmal beenden Fehler bei der Datenschutzung Hä ich Also die Anmord behalte ich die Anmord behalte ich Ja klar Aber hatten wir da hatten wir davor auch nur mit Panzer Wir hatten ja nur Rote Deswegen war die Rote so scheiße Wer macht denn diese Settings alter was macht der Deswegen habe ich nur rot in den Arsch geballert bekommen Das erste Mal wo Grotti übernimmt macht er ne Scheiße Bananen Cup jetzt Try Try Desert Ja das ist dein Lieblingsstrecke Nach Big Blue 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 aber Wo sind die Donuts? Die musst du auf der Strecke ziehen Wir wurden Donuts vergesprochen. Hallo, ich bin... Donuts. Donuts. Donuts, du bekommst den Donuts, du bekommst die Mitte. Von der Mitte zur Tide. Roybu. Wer spielt Waluigi? Wer spielt Waluigi? Ich bin Waluigi. Ich bin auch Waluigi. Dafür? Hattest du Waluigi schonmal? Ich weiß es nicht. Ich bin auch Waluigi. Ja. Ich hatte Waluigi auch. Ja, die müssen mal wieder die OP-Charakter spielen, ja. Waluigi ist ja der OP. Ich hab ihn ja, wenn du nicht. Jetzt hab ich ne Münze! Nee, ich schreib dir keine Liste zusammen, Apfel. Alter. Pass auf, Banane! Doch, du schreibst doch ne Liste, Grotti. War nicht der Apfel? Ja, doch, du schreibst doch jeden auf. Jetzt darfst du auch Lukas mit hinzufügen. Aber trotzdem. Doch, muss ich. Aber erst sobald die Folge kommt, ist halt die Sache. Hat der Apfel irgendwas im Blocken dabei? Ja, hatte ich. Wow, wow, danke für nichts. Ich setz meinen Pilz ein und krieg in der Sekunde einen Panzer rein. Ja, ich hab den Rückspiegel gesehen. Nein. Sexuell. Ich hab drei Pilze eingesetzt, bin ich vom sechsten auf den fünften gekommen. Das ist doch gelohnt. Nein, Bombe! Wie? Er hat mir die Bombe angezündet. Ähm, der Inkling-Girl. Äh, ja. Weil ich ja auch für ihn klinge bin, Lukas. Der Inkling-Girl. Der Inkling-Girl. Der Inkling-Girl. Na, was? Ja, Mann! Lutsch mal den Grünen hier, Ficker! Ja, Gotti, ich hab den Apfel gerade so weg ist. Alter, ihr gebt mir alles auf den Sack, Alter. Er geht mir so auf den Sack heute. Uh! Eine für'n Blauen. Blau! Oh Gott! Nee, Bruder. Lecker, was? Natürlich, hätt'n mich auch noch! Bruder! Was? Willst du mich? Tja, willst du Morty vor mir sehen? Ficken? Nein, er hat drei Panzer um sich rum. Ich werde zu sterben, oh mein Gott. Wer hat drei Panzer um sich rum? Gotti. Und er ist zu sterben. Welche Farbe? Welche Farbe? Grün. Schwarz. Pink. Schwarz. Blau. Ja, reicht doch jetzt! Ich hab'n drei blaue! Weißen! Weißen! Weißen Panzer! Reicht doch! So ein drei blaue Item wär schon geil. Das wär's. Nein! Blitz! Da ist er! Ich hab'n vermisst! Ich hab'n vermisst! Ey, die letzte Folge lang hab'n ihn schon vermisst! Wie hast du'n Eis im Apfel? Ah, Bananenwelle. Hatten wir letzte Folge nen Blitz? Weil er den verworfen hat. Hatten wir letzte Folge nen Blitz? Nein! Letzte Folge nur Panzer! Hast du's ja schon wieder vergessen? Ach ja, ja. Ich hab' mir auch schon gefragt, wo bleibt eigentlich der Blitz? Stimmt, das hätt'n uns auch voll missen. Danke Gott, ich wollte kein Item. Bitte, mach' ich gerne. HALT! Du Hohen! Ja! Du Sack! Wow, danke. Alter, dieses Auto ist so schrecklich. Welches fährst du? Weil ich fahr' so schrecklich ist der Wahnsinn. Ja, ich fahr' auch. Junge Apfel, leckt mich. Nein. Ey Jungs, wo bleibt ihr eigentlich? Tschüss Grotti! Alter, ihr fickt mich doch. Tschüss Grotti! Ey Jungs, wo bleibt ihr eigentlich? Tschüss Grotti! Ey Jungs, wo bleibt ihr eigentlich? Ich fahr' grad wie der größte... Ja! Ich war die ganze Zeit zweiter. Das kann nicht wahr sein. Ich fahr' grad wie der größte Grotti, alter. Fuck you! John! Was machst du denn? Ich fahr' halt wie der größte Grotti gerade, alter. Im Entschluss. Ich dachte, du wär's dritter gewesen. War ich auch! Dann hat Apfel mich mit zwei roten abgeballert. Ich hab' irgendwie so ne Piranha-Pflanze abbekommen. Und diese Piranha-Pflanze hat mich so in die Scheiße gemacht. Äh, Cooper wurde dritter. Le Cooper. Welches Mod hat er noch nicht gespielt? Alle! Der hat jede Mod schon gespielt. Ey, endlich darf er auch an meine Strecke rankommen. Ich sag' ne letzte Folge. Flo, Johan, Apfel, Grotti. Er schreibt mit! Er schreibt mit! Alle führen so ne Liste, welche Charaktere sie schon hatten. Lukas führt ne Liste, welche Map genommen wurde. Danke Grotti, dass ich mit sowas gleichgezogen werde. Wie er eigentlich die Liste, wessen Map genommen wurde. Ja, mach ne Liste, welche Map. Welche Map jetzt kommt. Jo, ciao Apfel! Lol! Ja, er willst du dir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Ja geil! 2.3 auf 7! Das Pilz hab' ich gesehen, ne? Wie bist du denn weitergekommen? Ich hab' noch kein einziges Item aufgesammelt, das ganze Match. Hi Grotti! Tschüss Grotti! Du meinst ja wie vorhin Flo, ich hab' dich mit dem Brot erwischt. Nein, der hat mich getroffen, du Baster! Hä? Das sieht manchmal so aus, Apfel. Ist dir das von dir aufgefallen seit 23 Folgen? Ne. Das ist manchmal so'n Bug von Nintendo Online. Erweitern sie ihr Spielerlebnis. Ist vom ersten auf dem sechsten. Was mach' ich hier, Alter? Ich kotze, ich fress'n Besen, was? Wow, danke. Ich kotze'n Besen, was? Ich kotze'n Besen, was? Loll? Loll? Loll, ich fahr' einfach geradeaus weiter. Wow! Alter, dieser Tintenfisch. Dieser Tintenfisch. Junge, ich fahr' einfach geradeaus weiter. Oh! Oh Gott! Stoppt ihn! Stoppt ihn! Können wir bitte aufhören? Ich hab' keinen Bock mehr, Alter. Schon wieder. Jordan will schon wieder aufhören. Jordan will schon wieder aufgeben. Ja. Schwache Leistung. Ja, aber das ist nicht so oft wie Lukas schon mit YouTube aufgehört hat. Ja, das stimmt. Dreimal? Viermal? So will ich. Alter! Hä? Wer ist der Inking? Hä? Was machen wir eigentlich alle hier, wo's Flo? Flo ist vorne! Ich bin erster. Fick dich! Fick dich, Apfel! Was? Wer ist der Inking, Junge von euch? Ist der Inking? Keiner! Ah, ihr seid ja scheiße. Jenga, diese Piranha-Pflanze ist der größte Schrotzaufen. Alter Affe! Hahaha! Du dummer Ficker! Ich schwöre bei Gott! Jetzt wär' ich noch vor ner Rakete gebumst! Ja, wieso auch nicht? Und tschüss! Oh, Fick dich! Flutibob hat mich fast noch erwischt! Ich hab's gesehen! Ja, yo! Ich bin zweiter geworden! Bist du Larry? Ja! Du bist, ja, du bist ein Larry. Ich bin fucked den 9er! Hahaha! Weil ich einmal von Apfel gebumst wurde, ne? Du machst wirklich den Krozi. Ja! Ich glaub ich so in die Wiese gemahlen soll. Krozi ist aber trotzdem noch einer. Nur weil er so fett ist! Hahaha! Krozi redet über sein Leben. Hahaha! Deswegen Switchboard. Mhm! Weil kommt eine nächste Folge wieder. Königliche Rennpisse! Ich wurde einmal von Apfel gefickt. Royal Raceway. Royal Raceway. In Switchsports? In Switchsports? Ey, Flut, mir gefällt deine Krone! Ja, wenn Lukas da ist, machen wir Switchsports in einem Raum. Ja, bitte! Ja, let's go! Ich spiel mir da ne Runde Tennis. Woah, ja! Ich hab den Greenscreen dabei! Scheißegal! Schlag mal ne gute Zorn! Was? Wir machen ein Tennis-Turnier, wir drei. Ja, let's go! John, du kommst mit dem Zug! 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 So, Jungs! Jetzt hol ich ein bisschen auf! Die Donau leben ja jetzt nicht so meins! Ja, weil ich da auch zu der Zeit zur Schule muss, Junge. Scheiße, Schule! Mach blau! Mach blau! Mach blau! Entschuld' mir. Ey, das ist der dritte Fehlstein! Was ist denn heute los hier? Digga, was mach ich denn? Scheiße! Ja, es sieht so aus! Ein Braun? Bluecox! Ich bin grün! Alter, wie fett er denn? Was war der hier? Ich schwör, der Engling, Junge. Oh, John ist hinter mir. Arf, Karma wird dich irgendwann erwischen. Oh ja, ich weiß. Oh, John, du auch? Wow! Was habt ihr? Ja, beide Dröte! Bro! Die Superhupe! Superhupen! Superhupen! Wo kam Flo jetzt eigentlich her? Über die Wiese! Ich wusste so, dass du's machst! Ich hab so drauf gewartet! Ja, wir sind ein Team! Toll, der andere mal! Wir sind mit Apfel zusammen und nicht mit Flo, du Arsch! Nee! Ich bin einmal vor Apfel und krieg insgesamt von ihm ne Rote in den Arsch! Wir haben uns zu einem Neuesten getrennt! Das ist der Wahnsinn! Es ist der Wahnsinn, ne? Ey, was ist das hier? Dieser F***er! Deine Mom! Hoffentlich erwischt die dich, Apfel! F*** dich! Ja, Lukas ist runtergefallen! Ja, weißt du, ich hätte Flo aber was helfen können! Ich hab nämlich schon wieder ne Hupe! Ich hab keine Hupe! Ich hab eine! Mach keinen Scheiß! Ich hab eine Rakete! Was? Du F***er! Wow, Junge! Er kommt auf den Zweiten mit! Er kommt auf den... Was? Was? Ich hab die aufgespart, Jungs! Wen hab ich das Risiko... Wen hab ich das Risiko auf den Wild geklaut? Ich bin das Risiko eingegangen, dass die mir von dem Blitz geklaut wird! Alter, was mach ich denn schon? Ich fahr halt so ne Scheiße, ne? Auf welchem Platz warst du, wo du die bekommen hast? Äh, sieben oder so, und da hab ich die auf fünf eingesetzt! Nein! Boah! Ja gut, dass ich gewartet hab, ne? Ich hatte vier Pilze! Imagine, du wartest einfach mit einer Rakete so lange, bis du die auf eins einsetzen kannst, und hast du einfach... Ist halt so dumm eigentlich! Ja, wenn du ein Triad bist, dann machst du das! Der Jordan? Was? Wo kommt der engling Junge her? Ja! Ich glaub, ich hab bis jetzt in dem letzten Spiel nur eine Rakete gehabt! Meine Bananen wurden mir geklaut, Scheißspiel! Nein! Alter, wie kann Apfel in Formel noch sein, der Ficker! Da hab ich die Witschatten genutzt! Der Ficker! Mir hat irgendjemand die Bananen geklaut und die sind vor mir aufgetaugt! Ich weiß nicht, wer... War das... Es war Copper... Als ob Gott die Formel! Cooper! Cooper! Mein Gott, lernt Deutsch! Er legt Copper! Das ist ja kein Deutsch! Das ist das Problem! Forêt, Tropicale! Und jetzt in der komische Dschungel! Von einem Affen! Super Map! Der Lukas heißt! Okay! Ja, natürlich! Return to Monkey! Er lukas! Xaas! Ihm, ich muss jetzt Top 3 kommen, damit ich einen Cup kriege! Das wird auch sicher passieren! Das will doch sicher passieren. Wo denkst du hin? Dass Flores Internet jetzt aushält. Abfischen wieder leise. Ich steh doch aus ihm. Ja, natürlich. Ja, der hat seine Hand schon wieder in der Hose. Wer hat den Pfad an, da muss die Tasking hier. Oh, ich hab reingeschossen. Und mit dem Joystick musst du Gas geben. Alter, jeder hat ne rote von euch. Ciao. Bist du sicher, dass du nicht nur Panzer eingestellt hast? Jordan? Ich hab einen Pilzgott bekommen. Den hab ich. Wunderschön. Ich hab einen Stern. Das war kein Sprechner Pilz, Luigi. Oh, falsch. Kacken. Das ist ein Witz, ne. Oh, shit. Tschüss, Croni. Oh, hallo Gotti. Ne. Auf welchem Plätzchen. Ne. Ne. Was denn? Der Apfel hat mich in der Luft noch getroffen. Ich musste durch diese scheiß Wasser fahren. Ich schwöre bei Gott, ich bring dich um, der Picker. Flut-Arsch. 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 Nee. Kannst du dir schön wohin stecken? Mein Freund. Nimm den Arsch. Oh, einen von den ersten. Der Blauen heißt es. Ey, der Blauen. WM-Wasser. 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 Okay, du bist der Nächste auf meiner Liste zum Sterben. Hahaha. Aber warum? Er kommt ja bald vorbei. Aber warum bin ich denn jetzt der Nächste zum Sterben, Grotty? Was hab ich denn getan? Nein! Du bist mit einem Stern in mich reingefahren, obwohl du es nicht müsstest. Wie kann der so schnell sein? Du hast extra nach rechts gelenkt. Hab ich nicht. Doch! Du hast keinen, du weißt nichts, Digga. Ich hab' ihn eben auch! Du hast keinen, du weißt. Also, ins Verlieg' ich hier nur, weil alle gegen mich sind, ne? Ich krieg' nicht mal mehr, ich krieg' nicht mal mehr. Hä, Quatsch, ich hab' nichts gemacht. Ich hab' nichts gemacht. Ich hab' gar nicht gemacht. Thornton ist der einzig Gute, die Folge. Ich hab' gar nicht gemeint. Nur ein Bier getrunken. Nicht zwei. Apfel und Luca stehen auf meiner Liste. Fuck! Nein! Ja, Apfel, let's go! Ja, und? Ja! Komm, bitte noch. Wer ist jetzt der bessere Waluigi? Ah, ich dachte, ich erwischte ihn doch mit dem Bumerang, ihr Panzer. Und? Ich hab' den dritten. Ich bin zweiter. Dritter. Apfel, ein Punkt! Was? Ein Punkt? Ein Punkt hinter mir. Ich bin trotzdem dritter. Ja, du bist ein Punkt hinter mir. Du bist zweiter. Krass. Gott, was machst du da hinten? Gott, was passiert? Alle haben sich gegen mich versprochen. Gott, Jordan. Wir tun uns zusammen. An der Stelle war's das auch mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Links unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, ciao! Tschüss! Tschüss! Ey, Leute! Spam nen Like. Für die, die sich fragen, wo Flo's Facecam bleibt. Ich kann euch sagen, wo sie ist. Sie liegt bei ihm unterm Tisch. Und vergammelt dort. Wie alt der Fisch. Ha, 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 ha. War das witzig. Zum Glück kommen meine Videos immer pünktlich. Nein, ich mach nur Spaß. Denn ich bin der Lars. Glocke aktivieren. Jo, das war's.